So, servus YouTube, willkommen im ersten Video aus der neuen Wohnung, hier sieht es immer noch aus wie auf einer Baustelle, es tut mir leid, meine Paneele fehlen noch, hier muss noch so viel gemacht werden, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, dass es nicht ganz so schlimm aussieht, aber ich möchte heute unbedingt mit dem ersten Video starten, damit YouTube nicht komplett einpennt. Ja und zwar heute mein ganz neuer Content, ich habe ja viel versprochen, dass neuer Content kommt, heute ist Part 1 und zwar ich fange an Pakete zu öffnen und zeige euch, was ich entweder so bestellt habe, von euch zugeschickt bekommen habe oder von meinem Partner einfach zugesendet bekommen habe. Ja, heute geht es um meinen Partner Prozess, dort bekommt ihr mit meinem Code auch immer schön Prozente und Gratisware, checkt auf jeden Fall mal die Seite ab, prozess.com oder prozess.de, kommt dann auf die gleiche Seite drauf, dort findet ihr Fitnessprodukte, Ernährungsergänzungen, aber auch für die Haut, für die Haare, Pflegeprodukte, Beauty, wirklich schaut mal auf der Seite vorbei, es lohnt sich, hundertprozentig kann ich mir versprechen. So und was wir heute bekommen haben, ist teilweise auch, was ihr vorgeschlagen habt, im Discord habe ich was eingerichtet, da einfach auch mal vorbeischauen, dort seht ihr einen extra Channel für Prozess, da könnt ihr eure Vorschläge reinhauen, hier Phoenix, probier mal das, probier mal das und wir testen das natürlich, ich werde es dann auch in Zukunft hier öffnen, mal vorzeigen und in den Livestreams auf Twitch dann auch genauer zeigen. Ja, so, ich will gar nicht so lange warten, wir öffnen das Paket und schauen mal, was so drin ist. So, ich habe jetzt hier noch provisorisch noch eine zweite Kamera installiert, damit ich die Produkte ein bisschen genauer zeigen kann. Ich will Produkte in so einem extra Paket, ich muss zeigen, dass ich nicht mal in der Adresse liege, ja, ganz wichtig. So, das hat ja auf jeden Fall, ich zeige es auch schon mal so, direkt so Trocken-Eis-Packs drin, dass da nichts passieren kann. Also, und wir haben bestellt, ja, als erstes Protein-Frozen-Joghurt, ich zeige es einmal hier rein und ich versuche es hier, das ein bisschen überbelichtet, mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekommen. So, ich muss mich erst noch dran gewöhnen. So, 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 ja wunderbar, so. So, Frozen-Joghurt, ähm, dort haben wir, ähm, b-b-b-b-b-Proteine, 8,6 Gramm pro 100 Gramm, also bei 330 Gramm, also pro Packung bekommt ihr da 8, 16, 24, 25, 26 Gramm Eiweiß ungefähr. Ja, und Casting ist auch mit drin, also sehr cool, äh, Luisa, Fan davon, ich schon Fan davon, also, erstes Produkt, was haben wir noch dabei? Tiefkühl-Pizza, so, da haben wir eine Pizza, da hat sie nochmal dieselbe Pizza bestellt. Nochmal Pizza, ja, ihr seht schon, wir sind Fan von diesen Pizzen hier, ähm, ja, und das war schon am Tiefkühl, wir haben gar nicht so extrem viel bestellt, außer ein bisschen Pizza, die hier sind. So, als allererstes viel Folsterung. So, und diesmal haben wir, weil wir letztens schon, ähm, wir sehr begeistert davon waren, diese Melch-Regel, das habe ich im Stream auch schon ein paar Mal gesagt, haben wir davon welche bestellt. Wir haben, ähm, was ist denn das für eine Geschmacksrichtung, irgendwas, sollte Karamell wahrscheinlich, ähm, Radio-to-Bite, bla bla bla, müsste, ja, Karamell-Flavor, Peanut-Butter-Flavor haben wir dabei. Und dann habe ich noch zusätzlich bestellt, die Brownie-Variante, also sehr, sehr, sehr geil, wir sind große Fans schon davon, also, wer solltet ihr dort bestellen wollen? Die Melch-Regeln sind sehr klar zu empfehlen. 1,49 Euro kostet, glaube ich, der Riegel, also für Eiweißprodukte extrem günstig zu setzen. Dann, als nächstes haben wir Zartbitterschokolade. Für die Leute, die es nicht wissen, Zartbitterschokolade hilft sogar zum Abnehmen in der Diät, wirklich sehr, sehr geil. Es gibt auch nichts Geileres, wie einfach mal, wenn ihr einen Kaffee trinken solltet am Mittag oder am Vormittag, dazu ein bisschen Zartbitterschokolade. Und die Dinger sind halt richtig geil, schön portioniert. Boah, ihr merkt hier, richtig warm ist es hier drin, ne? Ich schwitze wie Sau, ich komme gerade vom Sport, ne? Ähm, hier, Zartbitterschokolade, 30 Gramm, ja? Schöne, schöne kleine Packung. Insgesamt sind dort, ja, schade, sehe ich jetzt gerade nicht. 32 drin, 24 sind da drin. So, Riegel haben wir noch bestellt. So, natürlich mal das auf die Seite. Was haben wir noch bestellt? Kombucha, das ist bei mir so ein kleiner Lückenfiller immer. Ich tue immer Kombucha so zusätzlich bestellen. Bin mittlerweile ein großer Fan davon. Ähm, davon immer so ein paar Flaschen im Monat. Ist gut für den Magen. So, äh, Proteinmilch. Einmal Erdbeer, einmal Schoko. Die habe ich bestellt zum Probieren. Die werde ich dann auch live im Stream dann, äh, trinken. Es ist meine Überbrückung immer am Vormittag, bevor es zum Sport geht, dass ich nicht zu viel Hunger habe. Aber ich auch keine vollwertige Mahlzeit essen muss. Sprich, ich nicht mit zum vollen Magen ins Studio gehe. Dann, jetzt kommen Tabletten. Also, oh mein Gott, was haben wir denn alles bestellt? Also, ich habe Ingwer-Tabletten diesmal bestellt. Die werde ich testen. Ich kenne die noch nicht. Aber, ähm, ja, die Nährwerte waren sehr interessant. Beziehungsweise Produktinhalt, äh, zum Preis. Das werde ich probieren. Ah, ich sehe es gerade. So, das ist Selenium. Selenium-Tabletten. Das hat Luisa bestellt. Das ist für die Haare und für die Nägel. Okay. Lass mal einfach so stehen. ZMB6. ZMB6 habe ich noch bestellt. Das ist, ähm, Zink. Ähm, Magnesium und Vitamin B6 im Endeffekt. Äh, also Zink, Magnesium, Vitamin B6. Ja. Dann habe ich, also das habe ich zweimal direkt bestellt, damit ich genügend habe. Dann habe ich dort hier Ashwagandha. Wer Ashwagandha noch nicht kennt, ist sehr geil vorm Schlafen gehen, um ruhig zu schlafen. Ashwagandha nehme ich jetzt auch schon ein Jahr. Ähm, aber nur temporärweise immer. Habe ich noch mal so eine schöne Milch. Als nächstes habe ich Yummy Drops. Ähm, die könnt ihr in Quark rein, in Joghurt. Einfach so Flavor Drops. Ich probiere die aus. Auch im Stream werde ich da Feedback euch geben. Dann als nächstes Oberteile für die Mädels im Stream oder in den Videos. Ich mache jetzt einfach mal eins auf. Das ist von der Luisa. Das ist einfach ein Oberteil. So, nichts Besonderes. Aber sie ist begeistert davon und deswegen bestellst du die gerne einfach mal mit. Als nächstes auch von euch im Discord empfohlen, beziehungsweise ich soll es mal testen. Protein Cheesecake. Ich habe keine Ahnung, das ist einfach eine Fertigmischung. Ich werde es ausprobieren. Ich werde es im Stream berichten, ob es gut ist, ob es nicht so gut ist. Ähm, kann ich dazu noch gar nichts sagen. Und dazu haben wir dann noch auch im Discord Protein Gummi. Also solche, solche, ja, Gummibären quasi. Protein Gummibären zum Selbermachen. Da muss ich mir aber noch eine Form holen, wo ich die dann frisch machen kann. Keine Ahnung. Auch da noch keine Ahnung, wie das schmeckt, wie das ist. Aber sehen wir dann. Und dann hier nochmal Yummy Drops. Diesmal Strawberry. Also wir haben einmal Erdbeeren und wir haben einmal Exotic Fruit. Äh, exotische Mischung. Da am Start. Ja, das war es schon. Das war meine Bestellung. Ähm, wie, wo, was toll schmeckt, äh, super ist. Im Discord und im Livestream. Ja, Leute. Ich schwitze wie Sau. Ja, es ist brutal warm. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist mal was ganz anderes. Haut mal unten die Kommentare, ob ihr weiterhin so einen Content haben wollt. Dass ich so Pakete öffne und euch zeige, was ich bekommen habe, was ich bestellt habe. Was ich ausprobieren möchte. Ähm, haut es einfach unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video oder diese Art von Video gefällt, lasst da bitte eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Ihr kennt das, wie das mit dem Algorithmus läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns von Montag bis Freitag ab 6 Uhr auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.